Und damit geht's weiter mit Let's Play Together Elite Dangerous. Ja, wir machen weiter unseren Passagierauftrag. Ja, ich brutzle weiter ein bisschen vor mich hin. Ja, Uwe muss wieder Händchen grillen. Ich hab noch fünf Sprünge vor mir und dann mal gucken, wie es danach aussieht. Noch fünf? Ja. Bei mir sind es noch sechs. Bin ich überraschend, weil du einen Sprung mehr hast als ich. Also vorhin schon. Beim letzten Mal. Ja. Magie. Nein. Nein. Doch. Verdammt. Hitze schon wieder bei 129%. Uwe zeigt vollen Einsatz heute. Nein, ich war gerade eben bei 90. Dann hab ich den Frameshift-Antrieb aktiviert und sofort die Hitze auf fast 130%. Ja, du darfst den Frameshift-Antrieb nicht beim Scopen aktivieren, weil die Hitze dann zu stark ansteigt, weil der auch noch Hitze ins System bringt. Ich war eigentlich schon nicht mehr wirklich am Scopen, aber okay. Ja, es gibt da so einen recht großen Toleranzbereich, der dafür sorgt, dass dir dann immer noch zu warm wird. Also eigentlich ist es ein recht großer Intoleranzbereich. Ja, also Toleranzbereich im negativen Sinne. Also könnte man auch Intoleranzbereich sagen, ja. Naja, immerhin reicht's mir jetzt auch für den letzten Sprung. Und die Passagierin hat sich nicht einmal beschwert bisher. Ich weiß gar nicht, was für eine Bedeutung das hat, wenn die da sauer ist oder wenn sie sich beschwert. Ich glaub, so gut wie gar keine. Ich mein, das steht da zwar überall bei, aber was soll sie so machen? Wenn sie weniger zahlt, dann kann ich auch einfach einen Weltraum rauswerfen. Kann sie mich mal. Sie sitzt da definitiv nicht am längeren Ärmel, äh, längeren Hebel. Längerer Ärmel, genau. Ist auch nicht schlecht. Sie sitzt nicht am längeren Ärmel. Ich hab immer noch ein langarmiges T-Shirt, was noch langärmeliger ist als sie. Ärmeltastisch. Vielleicht fährt sie auch gerne meinen Ärmelkanal. Diese Buche-Verzweiflung. Schön. Nee, nicht wirklich. So. Ich hab jetzt noch drei Sprünge. LHS 2069. Ich hab jetzt, glaub ich, noch vier oder fünf. Ich glaub fünf. Ich hab immer mehr. Ich bring grad einen hinter mich. Also viereinhalb oder so. Vier, drei Viertel. Gleis 9,3 Viertel. Genau. Wobei auf der Route jetzt auch wieder extrem viele Sterne liegen, oder extrem viele Systeme liegen, an denen man auftanken kann. Oder in denen man auftanken kann. Bei der anderen. Wir müssen eigentlich mal auf Landeplätze 9,3 Viertel landen. Kommt man nur hin, wenn man durch die Wand fliegt. Kannst du gerne ausprobieren. Vielleicht findest du ihn. Auch so, ja. Super Idee. Auf Verdacht. 9,3 Viertel ist das dann. Wenn du ihn findest. Okay. Es sind noch drei Sprünge jetzt. Ist so ein bisschen wie in Dark Souls, wo du dann einfach random gegen Wände rollst, in der Hoffnung, dass dein Geheimgang hinter ist, den du nur dadurch quasi bemerkst, dass du dann gegen die Wand rollst. ich sag nur, äh, Emma Watch. Ist gut. Einmal gegen jede anschlagen, es könnte ja was dahinter sein. Ja, genau so läuft das dann in Dark Souls auch. Und am Ende hat mir trotzdem immer noch einen Haufen gefehlt. Schade. Obwohl ich so ziemlich gegen jede Wand gelaufen bin. Oh Gott. Aber die Sterne auf der Route sind, oh, ein Doppelsternsystem. Kannst du... Das Zielsystem? Oder welches? Nee, nee, das letzte, also das vor dem Zielsystem. Das ist ein Doppelsternsystem. Da kannst du quasi zwischen beiden Sternen herfliegen und bist von beiden Seiten gebrutzelt. Kannst quasi ein Zweiwege Fuel Scope machen. Ja. Wie ist unser Zielsystem nochmal? LFT 601. Haben wir das falsches System ausgewählt? Weiß ich nicht. Oder... Moment. Ich bin jetzt in Halocidro... Dirus oder so. Keine Ahnung. Ah ja, okay. Da fliege ich jetzt auch gerade hin. Ja, das ist das Doppelsternsystem. Ah, okay. Ja, zum Zielsystem sind es dann nur noch 8,28 Lichtjahre. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Doppelsternsystem, eindeutig. Sieht ganz schick aus. Ja. Vor allem, dass die Sterne so nah beieinander sind. Ja. Ich sage ja, du kannst quasi dazwischen durchfliegen und wirst von beiden Seiten gebraten. Ja, ich habe mich für die andere Variante entschieden. Ich wollte jetzt nicht von beiden Seiten gebraten werden. Ach, na dann. der letzte Sprung. Ich wollte sagen, der dauert irgendwie besonders lange. So, wo müssen wir denn hin? Das ist eine sehr gute Frage. Auch wieder irgendeine Touristenbarke. Übrigens, der Mitfliegende, da heißt irgendwie Kriminelles Genie oder so. Das ist sein Name. Tatsächlich. Hallo, der Genie. Bringen Sie Kriminelles Genie zu folgendem Ziel. Also ja, das ist tatsächlich der Name. Kriminelles Nachname Genie. Oh, direkt daneben ist ein Kampfbereich. Ja. Fliegen wir doch mal vorbei mit dem Passagier, würde ich sagen. YOLO. Die Entfernung war jetzt gerade genau gleich. Also zwischen der aktuellen Position und der Touristenbarke und halt dem kommenden Konflikt gedöhnt. Was denn? Die ist aktuell noch nicht die Touristenbarke? Die ist recht weit unten. Fand ich. Achso. Wenn du am Stern vorbeiflegst, siehst du die eigentlich recht schnell. Oder ich bin random in die richtige Richtung gefungen, das kann auch sein. Aber ich flieg sowieso vorbei, also ist egal. Nein, Abfangmanöver. Ah, nein, das sehe ich jetzt nicht ein, das ich hier mit dem Schiff bin. Nein, 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 nein. Nein, das geht so nicht. Ah, du fliegst auf eine unidentifizierte, äh, ne, ne, eine unidentifizierte Signalkwelle zu bei mir. Äh, ja, möglich. Ist natürlich genau in die falschen Richtung jetzt. Ja. Jetzt bin ich schon zweieinhalblich Sekunden davon entfernt. Na. Was ist das für ein dämlicher Fluchtvektor? Du? Wie soll man den denn kriegen? Fucker da. Das ist ein Konvoi auf. So. Das ist ein Muster festgestellt. Äh, so. Jetzt bin ich nicht mehr abgefangen. Das ist ja schön. Ach, es war gar nicht schlecht, deswegen bin ich jetzt nicht dran vorbeigeflogen. Keine Touristenbarke diesmal, oder? Äh, LFT 601 Touristenbarke, doch. Ne. Also ich denke mal, die wird es sein. So viele Touristenbanken, werden ja wohl nicht in Frage kommen für den Auftrag, oder nicht? Ich sehe überhaupt keine Touristenbarke hier. Ich fliege einfach mal zu dir. Ich fliege doch einfach zu mir. Ah, da ist, jetzt sehe ich es ja auch. Ja, siehst du wohl. Ne, ist doch schön. Die blöde Touristenbarke. Was machst du da? Bist du hinter mir raus? Ja. Wen selektierst du da alles? Ich versuche die Touristenbarke auszuwählen, aber ich kann nicht. Geh doch auf die Karte, also auf die, ähm, Navigationsliste. Ich hab da aber keine Touristenbarke, oder? Ich bin blind. LFT minus 601 und dann Touristenbarke. Die heißt nicht direkt Touristenbarke. Sonst mach doch den, ah, pass auf, mach, ähm, Navflink an. LFT 601 und dann Touristenbarke. Ich find das Ding nicht. Mach Navflink an. Ah, jetzt hab ich's gefunden. Jetzt bin ich in mich reingesprungen. Oh, ich mach mal Navflink an. Hab ich dir gerade gesagt, ja. Also mach mal. Hast du das Geschwadersignal aktiviert? Ja, hab ich. Das ist gut. Ah, was? Ups. Was? Ich fliege immer zu schnell auf die Dinger zu. Ich denk so, ach, ist da noch ein bisschen, ist da noch ein bisschen. Frams! Hallo! Gut. Ah ja, ist ja noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Frams! Du bist schon wieder dagegen geflogen. Ja, ich bin tatsächlich dagegen geflogen. Diesmal wollte ich nicht ausweichen, weil ich keinen Bock drauf hatte. So, ähm, jetzt können wir ja wieder zurückfliegen. Müssen wir jetzt direkt wieder zurück. Moment, ich hab grad eine Message bekommen. Äh, kaum los. Die Vielfalt möglicher Freizeitaktivitäten macht diese Freiluftwelt zu einer der beliebtesten Reiseziele in diesem System. Das ist schön zu wissen. Aha. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir wieder zurück. Äh, Was denn? Wo fliegst du jetzt hin? Ja, wieder nach, äh, zu Cornblues Orbital. Zum Anfang. Ich glaube, ich muss nochmal auftanken vorher. Ja, mach dann, wenn du meinst. Hier gibt's aber nur große Station, das ist doof. Das ist korrekt. Egal, ich muss es wagen. Wenn ich wieder abgeschossen werde, bin jemand vor dir da. Ja, das ist richtig. Jetzt hab ich grad nicht geguckt, ob ich auftanken muss auf dem Weg sonst. Oh, sieht aber, oh, muss ich gar nicht. Ist ja lustig. Und ich hab schnell genug auf die Karte geguckt, als dass der FSA-Ladevorgang nicht unterbrochen wurde. Das ist untiming. Es waren noch so zwei Balken oder so. Nein, das hat sich da unten wieder. Wenn wir uns nochmal das System probieren müssen, dann wieder. Azeyama. Ach, Azeyama. Mit Y. Jetzt hat sie mir grad eine Nachricht geschrieben, kurz bevor der Sprung angefangen hat. Jetzt weiß ich nicht, was sie da mir geschrieben hat. Wahrscheinlich, dass sie wieder zurück will. Naja, möglicherweise. Ja, tatsächlich. Hat sie aber ganz schön lange für gebraucht für die Erkenntnis, dass sie jetzt vielleicht wieder zurück möchte. Tja, ist halt ein bisschen langsam. Kriminelles Genie. Denk manchmal etwas langsam. Könnte so eine typische RTL-Bauchbinde sein. Was für ein Ding? Kennst du den Begriff Bauchbinde nicht? Nein. Wenn du, wenn so ein Interview zum Beispiel gezeigt wird und dann halt so ein Balken im Bild ist, wo der Name draufsteht. Ja, okay. Und sowas. Das nennt sich Bauchbinde. Noch nie gehört den Begriff. Ist aber tatsächlich üblich so. Das ist auch immer der Ort, wo dann lustige RTL-Redakteure sich in irgendwelchen ACTV-Sendungen dann austoben. und dann allerhand lustige Sprüche da reinschreiben. Was natürlich niemals die Leute diskriminieren würde, die da vor der Kamera stehen. Nein. Oder vielmehr die Statisten, die vor der Kamera stehen, sagen wir es so. Man kann ja die hochwertige oder die hochqualitative schauspielerische Leistung nicht herunterziehen. Landerplatz 43. Ah, dicht dran. Dicht dran. Die Antwort auf alles. Was ist mein Landerplatz? 42. Ah. Naja, fast. Beinahe. So, jetzt nur hoffen, dass sie nicht gescannt wird. Schnittkrankenhaus. So ungefähr. Oh Mann. Okay, bis jetzt werde ich nicht gescannt und ich bin drin. Ah, dieser leichte Adrenalinkitzel, wenn du dann in die Station reinfliegst und dann so werde ich gescannt, werde ich gescannt und dann so. Ist eine schöne Station hier, die ist grün. Die ist grün? Ja. Was für eine Form hat sie? Also auch von innen. Von innen und außen. Also außen ist mehr so, außen sieht man, dass sie ringsrum Zeug anbauen. In diesem ringförmigen Gebilde. Achso. Okay. Und innen ist die halt grün. Ökologiestation. Tja. Wahrscheinlich bauen die hier Gras an. Damit hätte man direkt das Problem mit, wo kriege ich die Drogen hergeklärt. Ja, ich brauche ja keine Drogen. Ja, ich habe jetzt auch nicht mehr. Das wollte sie am Anfang nur. So, Azeyama. Galaktische Karte. Äh, Suche, suche ich. AC. Ja, mal. Perfekt. So, System an sich, dann kann ich gleich die Station auswählen. Nein. Doch. Das geht nicht. Das muss jetzt rumwacken, weil ich das sage. Das hat aber funktioniert. Verdammt. Und ich muss nicht mal auftanken da hin. Hä? Ich schaffe es durch. Achso, du meinst jetzt nach dem Auftanken? Ja, ich bin jetzt, ich habe jetzt aufgetankt, ich muss jetzt wieder rausfliegen. Ja, so groß ist die Entfernung. Dann werde ich hoffentlich auch nicht gescannt. Das kommt ja noch dazu. Ja, so groß war die Entfernung nicht. Mit vollem Tank habe ich es jetzt vom ersten System an auch direkt geschafft. Also, oder hätte ich es geschafft vielmehr. Ach, verdammt, so langsam. Wollte gerade gucken, wie viele Sprünge es noch sind. Jetzt noch Vollgas raus. Bis jetzt werde ich nicht gescannt. Und ich bin aus der Station raus. So, am Ende der waffenfreien Zone. Zack, gescannt. Nein! Das kann immer noch passieren. Ja. Ärgerlich, aber möglich. Vor allem, weil ich nochmal an dem Ring vorbeifliegen muss, wo die ihr Gras anbauen. Ihre Heilkräuter, Uwab. Es sind Heilkräuter. Ja, ja, die Heilkräuter. Gut, weil technisch gesehen ist, naja gut, eigentlich ist Gras ja auch eine Art. Heilkräuter, so wie Heil Hitler. Was? Genau. Close enough. Naja, ich meine, hier, Moment. Gras ist ja quasi auch eine Art von Heilkraut. Wenn es Schmerzen lindert, heilt es Leute, die viele Schmerzen haben. Technisch gesehen. Naja, wobei heilen ist relativ. Es tut was gegen die Schmerzen. Ach ja, die Niederländer haben wohl jetzt beschlossen, dass man ja mal in großem Umfang, ich glaube auch staatlich, oder dann halt quasi privatwirtschaftlich, dann auch mal Handfarm machen kann. Okay. Jetzt erst? Ja, also entweder, also es kam auf jeden Fall, ich glaube es war irgendeine neue Droge, die vorher glaube ich noch nicht erlaubt war. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, was in die Richtung gehört zu haben. Währenddessen in Deutschland, Marlene Mortler, Marlene Mortler, Drogen sind nicht erlaubt, weil sie nicht erlaubt sind. Okay. Was für Drogen? Marlene Mortler ist die Drogen, oder die Drogenbeauftragte von der Bundesregierung. Und die meinte dann, von der CDU oder CSU glaube ich, und die meinte dann so, Kennst du die? Ja, weil sie diesen legendären Spruch gepolt hat. Warum sind Drogen verboten? Weil sie illegal, also weil sie verboten sind. Punkt. Okay. Weil es einfach so die Dummheit dieser Person darstellt. Ist illegal, weil illegal. Danke. Voll gut. Sie hätte sich ja auch alternative Fakten ausdenken können. Ja. Hätte sie. In der Tat. Wäre fast besser gewesen. Alternative Fakten ist aber auch ein schönes Wort. Ja, das ist schon ein Widerspruch in sich. Ja klar, aber es hört sich irgendwie schöner an als Fake News, obwohl es ja irgendwie auch gleich hinausläuft. Alternative Fakten, das hört sich so an, als hätte man eine Alternative quasi. Ich kann News. Fake News ist eigentlich kein Widerspruch. Fake News heißt einfach nur, wenn jemand Nachrichten gebracht hat, die falsch sind. Ja, ich weiß. Alternative Fakten gibt es einfach nicht. Das ist richtig. Aber das Wort hört sich trotzdem schöner an, vielleicht auch, weil man es noch nicht so oft gehört hat wie Fake News. Möglicherweise liegt es daran. Kann sein. Man weiß es nicht. Wobei das jetzt mit Trump irgendwie schon lustig ist, weil, naja, die Sache mit den alternativen Fakten, er ist ja quasi der Meister der alternativen Fakten. Also. Nein, das ist eigentlich seine Sprecherin. Naja, er aber auch. Also. Ja, und die hat das mit den alternativen Fakten überhaupt erst gebracht, zum ersten Mal. Aha, sehr schön. Kellyanne Conway. Ja, aber ich meine, im Endeffekt, ähm, jetzt haben die Amerikaner einen Präsidenten, der im Regen stehen kann und sagen, äh, und, äh, ohne. Die Sonne hat geschienen. Hm? Er sagt einfach, die Sonne hat geschienen. Genau, er kann im Regen stehen und dabei behaupten, dass die Sonne scheint, ohne dabei rot zu werden. Also, das ist halt irgendwie schon gut. Das ist, äh, oh Mann. Das muss man auch noch mal haben. Diese tollen Bilder von, von George W. Bush mit seinem, Regen, seinem Regen, Cape da, was ihm die ganze Zeit ins Gesicht fliegt, weil es da auch noch wenig war. Achso, ja. Es war so trocken, dass alle Regencapes getragen haben. Die Sonne hat so sehr geschienen, dass man das gebraucht hat. Aha. Voll gut, ja. Das ist, äh, das ist halt schon echt lustig, wenn er so, also wirklich so hart offensichtlicher Unsinn im Endeffekt. Ich meine, das ist ja irgendwie so die beste Zeit, ähm, für, so, freie Journalisten, generell für Journalisten, weil die dann endlich mal ihrer Aufgabe oder ihrer Arbeit nachgehen können und Sachen recherchieren können und quasi permanent irgendwelche Enthüllungsartikel schreiben können, dass es kompletter Unsinn ist, was der Präsident da gesagt hat. Nicht mal so auf Ebene von, ja, man könnte das anders interpretieren oder bla, bla, sondern im Sinne von, es ist einfach hart unsinnig, was er schreibt. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht so eine tolle Zeit für die gerade, weil Trump einfach behauptet, ja, das sind alles Fake News, die Medien sind korrupt, sie werden sie alle gegen ihn und es gibt halt einfach Leute in den USA, die das glauben. Ja, aber die haben ihn auch gewählt. Also, die glauben sowieso nur ihm, das ist das Problem irgendwie. Ja, das ist ein bisschen schwierig, dagegen was zu machen, aber eigentlich könnten sie dann diese Chance nutzen und ihm halt, ähm, keine Plattform, also in dem Sinne, dann direkt entlarven. Könnten sie eigentlich machen, wenn es ordentliche Journalisten wären. Ja, aber ordentliche Journalisten sind teuer. Das ist wahrscheinlich das Problem. Die Journalisten werden ja jetzt von Trump teilweise auch schon ausgesperrt bei irgendwelchen Presse, Pressekonferenzen oder so, werden nur noch bestimmte Journalisten zugelassen, oder? Ja, und dann sitzt da so jemand von den Breitbart News und sowas. Ja, der sitzt sowieso im Weißen Haus. Ja, das ist, ähm, ja, kann man machen, ne? Der wurde, glaube ich, auch von, von, was war das, von, von Times Magazine oder sowas als zweitmächigster Mann der Welt bezeichnet. Ja, im Endeffekt schon. Ja, ich meine, da gibt es echt so einen Fall, da hat Trump einfach so eine, so eine Executive Order da hingelegt und Trump hat einfach unterschrieben, ohne zu wissen, was da steht. Ja, kann man mal machen. Es ist ja nichts Schlimmes, kann ja nichts passieren. Aber ich meine, im Endeffekt, ähm, das Lustige ist ja, es gibt irgendwie viele, ähm, mächtigste Männer der Welt in dem Sinne, ähm, nur Trump ist keiner eigentlich, weil Trump ist der, der seine Unterschrift da drunter schreibt, aber, ähm, sein Berater und halt dann solche Leute, die beeinflussen ihn halt im Endeffekt so sehr, okay, sehr gut, ähm, dass er ja im Endeffekt kaum Präsident ist eigentlich. Also, er ist ja wirklich, das ist ja quasi die personifizierte Marionette, die er da darstellt. Ja, eigentlich schon, Und das im Endeffekt, das hat er ja eigentlich freiwillig gemacht irgendwie, also das ist etwas komisch. Ja gut, ich weiß nicht, ob er weiß, dass er eine Marionette ist. Ähm, ja gut, darüber könnte man jetzt streiten, da wäre ich mir im Moment auch nicht so hundertprozentig sicher. Ich glaube fast nicht, dass er das weiß. Ja, also er verkörpert das mit so einer Selbstverständlichkeit, oder mit einem solchen Selbstbewusstsein, entweder war er in meinem früheren Leben Schauspieler, oder er weiß das wirklich nicht. Nein, nein, der hat einfach, der ist einfach so von sich überzeugt. Ich sage, in jeder Zeit der Rede oder so irgendwas, sagt er sowieso irgendwie sowas wie, wenn er von irgendwas redet, dann ist er sowieso immer der Beste dabei. Ja, natürlich. Das ist ja logisch. Eigentlich. Und er hat auch diese Szene mit diesem jüdischen Reporter, der irgendwie gemeint hat, dass Antisemitismus in den USA ja gerade so ein Problem ist. Und Trump stellt sich eiskalt vor dir hin und sagt so, ja, ich bin sowieso der, der am wenigsten antisemitische Mensch auf dieser Welt, oder so irgendwas. Ja, kann man mal machen, ne? Eigentlich hätte er nur noch sagen müssen, ich habe auch generell nichts gegen Fremde und so. Das finde ich alle voll cool. Also, das hätte eigentlich nur noch gefehlt und dann so, ich habe nichts gegen Fremde, außer es sind Mexikaner, was ist das so ungefähr? Also es sind Mexikaner oder Muslime. Ja, oder Ausländer. Oder Ausländer. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber es sind Ausländer, was ist das so ungefähr? Das ist halt, schön. Ja, die Tourismuszahlen oder die Anzahl der Touristen in den USA ist wohl jetzt seitdem Trump Präsident geworden, ist wohl überraschenderweise recht stark gesunken. So ein Zufall aber auch. Das hätte niemand kommen gesehen. Nein. Nie. Niemals. Ja. Und alle so, ach, echt? Sowas. Hm. Das ist ja überraschend. Aber es ist ja auch umgekehrt so, die muslimischen Einwohner in den USA, die trauen sich ja nicht mehr irgendwie ins Ausland zu fliegen, weil sie Angst haben, dass sie nicht mehr wieder reinkommen. Ja, stimmt. Das ist eigentlich genau das, was Trump nichts bringt irgendwie. Top. Top. Aha, okay, ich glaube, wenn wir noch einen Auftrag hier in der Station machen, dann kommen wir über neutral hinaus bei der Berufsstufe. Weil jetzt sind wir ganz cool. Also eigentlich ist der Kasten schon ziemlich ausgefüllt jetzt. Ja. Ich wurde übrigens wieder reingezogen, dank dir. Ja, ist doch schön. Ich habe es jetzt abgegeben und im Moment gibt es tatsächlich noch Aufträge, aber hm. Ich glaube, wir machen Schluss für heute, oder? Ja, ich muss erst noch einfliegen. Ach so. Ja. Ich wurde nicht gescannt, zum Glück. Ich wette, ich wette, ich werde garantiert jetzt gleich gescannt. Dann ist der Raumgewinn minimal, ja. Vor allem lande ich dann wieder am anderen Ende, weil ich ja in der Station war, im Gegensatz zu dir. Stimmt. Ha, das wäre, ha, stimmt. Ha, ultimativer Wegeverlust. Okay. Ah, okay, wir freuen uns darüber. Oh, da wird gerade jemand abgeschlossen. Ich war es nicht. Da wird gerade... Das ist gut, wenn du das Sicherheitssystem auf einen anderen konzentriertest. Ja, das ist gerade irgendwas, weißt du, erst so irgendwas explodiert, also siehst du ein bisschen Explosion und dann so oben einen Kontakt verloren. Okay. Lande Platz 1, huch, direkt da unten. Wir freuen uns darüber, sie zu informieren, dass sich ihr Ruf bei der New-Arts-Yama-Coalition auf akzeptiert verbessert hat. Huch, das ist doch schön. Was ist dir jetzt passiert? Was denn? Grafik-Bug? Weiß ich nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Siehst du die äußeren Texturen von den Dings? Nicht? Also die Texturen von dem Zylinder? Das ist ganz merkwürdig mehr. Sieht aus, als wäre ich in einem Zylinder, aber der Rand, da haben sie die Texturen einfach einmal über den Rand gezogen quasi. Ja, dann ist es ein lustiger Grafik-Bug gewesen. Die lustige... Ha, ha, ha. Ha, ha. Ist das nicht schön? Da freut man sich doch. Wo ist das? Platz 1 jetzt? Die Richtung. Ach da. Hä? Jetzt gucke ich in dem Status-Panel rechts, da steht da immer noch neutral für AC, in der New AC. Sie ist wieder weg. Sag mal, nicht verarschen. Ich kann doch jetzt aber nicht hierbleiben. Ich muss doch da landen. Kannst du nicht einfach da auf dem Landeplatz knallen? Ich weiß doch nicht, wo der Landeplatz ist. Ich sehe ihn doch nicht mehr. Ach so, ich dachte, du hast ihn gerade zwischenzeitlich wieder gesehen. Ja, kurz, aber ich habe völlig die Orientierung verloren. Ach, Uwe. Ich fliege einfach mal auf die Markierung zu. Leider sehe ich dich jetzt auch nicht, weil ich weiter vorne stehe. Dementsprechend kann ich dir auch nicht helfen. Toll. Ja. Ich sehe nichts mehr. Jetzt sehe ich wieder was. Moment, jetzt muss ich wieder umdrehen, weil ich halt, jetzt sehe ich wieder nichts mehr. Ich sehe nur was, wenn ich genau in der Mitte von der Station bin. Also, ich glaube, du solltest dich nicht ausloggen, wenn du gerade noch eine Landeerlaubnis hast, die hängt. Ja. Heißt dann wahrscheinlich aus der Station rausfliegen, kurz ausloggen, wieder einloggen und dann nochmal versuchen. Moment, ich glaube, jetzt habe ich ihn ungefähr geortet. Wenn ich jetzt runtergehe, müsste ich... Jetzt gleich so, pöck, kaputt. Ich sehe schon, deine Schilder sind ein bisschen am Leiden. Ich muss nochmal rausfliegen. Das geht so nicht. Die Station dreht sich auch weiterhin um mich rum. Ich glaube, irgendwie hat das Spiel nicht realisiert, dass ich in der Station bin. Ich sage, flieg mal... Wenn du kannst, flieg mal raus. Ja, ich flieg gerade raus. Okay. Schade, dass die Schiffsrichtung gerade nicht in Richtung Ausgang ist, sonst könnte man das beobachten. Okay, ich werde das nochmal kurz abbrechen. Kann ich denn dieses Lande-Ding irgendwie abbrechen? Ja, ich denke mal... Abbrechen. Abbrechen. Genau. Wahrscheinlich im gleichen Menü. Macht irgendwie auch im meisten Sinne. So, jetzt einmal... Nein! Ich werde gescannt. Scheiße. Oh. Shots fired, würde ich sagen. Und ich booste gerade weg. Was ist passiert? Ich booste gerade weg. Bis jetzt noch nichts. Wahrscheinlich dauert der Scan noch. Ich bin aus der waffenfreien Zone raus. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, toll. Jetzt ist sie natürlich verstimmt, weil ich gescannt wurde. Ja. Das Spiel hat heute was gegen mich, glaube ich. Ich glaube auch. Ja, aber sie hat ja bei mir auch rumgenervt. Aber ich glaube nicht, dass sie einen Unterschied gemacht hat, weil ich habe trotzdem mich voll verloren und gekriegt. Also weiß ich gar nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat. So, jetzt fliege ich nochmal drauf zu. Fordere gleich nochmal neue Landeerlaubnis an und hoffe, dass ich auf einem anderen Landeplatz landen kann. Und dass es funktioniert natürlich. Dann sind wir jetzt hier schon wieder bei 30 Minuten gleich. Aber ich kann auch nicht landen. Ah, Uwab. Wir könnten schon seit 5 Minuten Schluss gemacht haben mit der Folge. Ja, hätten wir das mal gerade gemacht, als ich es gesagt habe. Ja, das ging ja nicht. Da war ich ja noch nicht drin. Er muss drin sein, damit er geht. Ja, ich weiß. So, Landeplatz 19 diesmal. Bitte scann mich nicht beim reinfliegen. Bitte scann mich nicht beim reinfliegen. Nicht scannen. Irgendwer hatte mir geschrieben, du hattest mich fast umgebracht. Okay. Wir haben ein bisschen optimistisch hier reingeflogen. Ich glaube nicht. Nicht scannen. Nicht scannen. Sieht gut aus. Okay, ich bin drin. Das ist ja schön. Landeplatz 19 ist da hinten am Ende diesmal. Ach, dann kann ich es hoffentlich ein gutes Zeichen. Dann sehe ich ja so vielleicht, was du machst. Oh, die Station dreht sich schon wieder unter mir weg. Ah, Uwab. Aber ich sehe immerhin diesmal was. Und ich sehe auch, dass du da herfliegst. und ich glaube, hast du das Fahrwerk ausgekloppt? Ja. Okay. Aber ich, da, da, äh. Nein, jetzt sehe ich wieder nichts mehr. Ja, nein, flieg mal nach vorne. Nach vorne? Nach vorne und, äh, Moment mal. Auf welcher willst du jetzt landen? Ah, du willst nach links. Ich sehe es nicht. Wo bin ich denn? Geh mal nach oben, also versuch mal nach oben zu fliegen. Ich weiß noch nicht mal, wo oben und unten ist. Du hast doch eine, du hast doch eine Steuerungstasse für nach oben fliegen. Warnung, Strafe auferlegt, Blockade eines Landeplatzes. Jetzt hör mal auf zu steuern. Ich sehe nichts. Alter, ich, Schilde deaktiviert. Jetzt lass mich hier weg. Ja, jetzt, hör mal auf Gas zu geben, Mensch. Ich musste erst mal von der Wand wegkommen. Ja, aber du, weil du den ganzen Tag so ein Gegengedicht bist, wie so ein Affe. Ja, ich weiß ja nicht, wo die Wand ist. Ich hab sie ja nicht gesehen. Ja, ja, wenn du, sie überhaupt nichts mehr gerade. Moment, ich geh jetzt einfach mal kurz mit einem Lust-Hauptmenü raus. Ich seh schon, das wird eine lustige Folge bei dir. Das Hauptmenü. Jetzt bist du verschwunden. Ja, jetzt geh ich wieder rein. Private Gruppe. So. Jetzt werde ich gar nicht, ich hab gleich abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn du dann in der Station dich ausloggst. Ich hab noch nie ausprobiert. Ich will das gleich auswinden. Wenn du dann noch schwebst, ist wahrscheinlich gleich so Peng! Ups. Ich drück schon mal. Nein, ich bin außerhalb der Station. Ah, okay. Ja, macht Sinn irgendwie. Weil wenn du, wenn du innerhalb wärst und keine Landeerlaubnis hast, wirst du ja sofort abgeschossen. Ja, 10 Kilometer entfernt. Genau, 10,0. Wirklich, wirklich sehr außerhalb, okay. Ja, dann gib ihm. So. Nächster Versuch. Oh, irgendwer wird wieder abgeschossen. Was ist hier los? Ich bin's nicht. Ach, verdammt, hinter mir. So ein Mist. Ach, verdammt, auch noch auf der falschen Seite sehe ich gerade. Sehe ich schon wieder nicht, ey. Ich bin genau hinter der Station gelandet. Ach, jawohl. Bauer, Hangar betreten, glaube ich. Vielleicht, dann wäre ich auch gedreht, oder nicht? Nein, kann ich auch mal eine Landeerlaubnis anfordern, immerhin. Jetzt werde ich erst gedreht. Verdammt. Wo die Kunden wieder abgeschossen wird. Landeerlaubnis gewährt. Warum hat der Typ, der mich hier vorlabert, eigentlich einen russischen Akzent? Das hat er sehr oft irgendwie. Also, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ja, schon, aber wieso kommt jemand auf die Idee, dass die Leute hier im Weltraum alle aus Russland kommen? Vielleicht kommen ja nicht alle aus Russland. Er hat ja nicht immer einen russischen Akzent. Moment, wo bist du jetzt gerade? Ich fliege gleich rein. Warte mal, nimm mal die Geschwadereinladung an. Dann kann ich das jetzt nachverfolgen. Ich habe mich jetzt mal gedreht. Moment, das kann ich jetzt gerade nicht. Ich muss aufpassen, dass sie nirgendwo dagegen fliegt und dass sie nicht gescannt wird. Leine Platz 36, da unten. Na gut, dann sehe ich dich gleich bei der Landung nicht. Ah, das wirst du wahrscheinlich sein. Ach, ach ne, tatsächlich, quasi über mir. Und die Station dreht sich diesmal nicht unter mir weg. Das ist doch schön. Das war unmöglich zu landen, weil das Landeding hat sich ja unter mir weggedreht. Ich kann ja aber nicht senkrecht nach rechts fliegen. Also, parallel zum Landeding. Klar. Rechts, links geht doch. Ja, ich habe aber leider keine Tasten dafür belegt auf meinen Controller. dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich habe keine Tasten mehr frei. Ich kann nicht mehr nach rechts und links fliegen. So ein Joystick ist schon ein bisschen Masterways, ja? Ja, ich habe auch kein Joystick und auch kein Geld mehr dafür jetzt. Ach ja. Ja, wenn du die Switch vorbestellen musst, dann bleib schuld. Ja, Zelda liegt schon neben mir. Die Switch ist noch nicht da. Na gut, dann können wir jetzt endlich Schluss machen. Halt, nein, stopp, ich muss zuerst die Passagierdingens ab. geben. Jetzt gleich so. Peng! Kontakte? Oh, erst mal meine 500 Credits Kopfgeldsachen. Ja, wo? Na, hallo? Kann man mal machen. Uh, alte Strafen? Ich muss doch 100? Oh. Ich habe noch 10.000 Credits Kopfgelds an alten Strafen gehabt. Was? Mit der F? Ja, mh. Wo kann ich das abgeben? Am schwarzen Brett? Ähm, ja, irgendwo bei, näher bei Kontakte, glaube ich. Da war ich aber gerade und ich habe es nicht gefunden. Hä, eigentlich bei Kontakte und dann bei, ähm, Obrigkeit. Obrigkeit, Kontakt? Oder nicht? Das kann ich, nein. Oh, nee, das kann man, doch, das kann man anklicken. Ja, aber nein. Aber ja, aber nein. Sonst gibt es noch Interstellar-Faktors und, ja doch, Interstellar-Faktors gibt es noch. ich habe gerade alles durchgeklickt. Ja, das sind aber noch Unterminis. Das war in der Passagier-Launch. Was? Das war in der Passagier-Launch. Die Strafe. Nein, das Ding abgeben. Ja, natürlich. Ich dachte, du suchst nach der Strafe. Ach so, nein. So, Incoming Message. Wir freuen uns, dass ihr Ruf bei uns, ja, auch akzeptiert, verbessert hat. Alles klar. So. Gut. Da können wir jetzt endlich Schluss machen für heute. Er hat sich übrigens gar nicht verbessert, ist immer noch auf neutral. Bei mir kam die Meldung auch, das stimmt aber gar nicht. Weil rechts im Monitor, also rechts in dem Status Monitor siehst du das nämlich, dass da jetzt zwar, dass er noch neutral steht mit so einem blauen Pfeil nach oben. Einfach mal zehn Minuten verdödelt, weil das Spiel verpackt war. Ja, das ist ein Glück. Und ich hätte jetzt noch eine eigene Folge daraus machen können quasi. Ja, beinahe. Na gut. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Jawohl. Tschüss.